Das 5-String Benio Phoenix. Ein ganz besonderes Powergerät. Ich stelle mir das Tonpotenzial vor. Dieses Benio hat Kraft ohne Ende, sehr viel Wärme, aber auch Adressivität. So, ich spiele mal so ein Stück von Eric Weisberg. Jetzt noch ein paar saubere Stücken, die zeigen, wie warm das Benio klingt. ... Untertitelung des ZDF, 2020